Ja, was geht ab? Ihr Stössler, Yamazaziki. Ja, wir sind jetzt hier am Begesee. Wir wollen eigentlich ein paar Fotos machen. Wir suchen eine geile Fotolocation. Wir sind gerade schon mal ein bisschen schneller über die Bahn geballert. Erstmal 50 Kilometer in die falsche Richtung. Ja, klar. Safe. Ja, auf jeden Fall suchen wir jetzt hier eine geile Stelle. Eben den Rucksack zumachen. Fuck it, Alter. Ich hasse es. Ja, man. Ja, ja. So. Safe. Ist zu. Beste. Ja, auf jeden Fall suchen wir jetzt eine geile Stelle hier, wo wir ein paar geile Fotos machen können. Wir haben Spiegelreflex am Stüsel. Da ist ein Trucker, der will bestimmt Ficky Ficky. Der will gleich den Auspuff von der Cover. Will der Vögel hin, so richtig bam 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 bam. Der da. Der LKW-Fahrer will Ficky Ficky mit Kaba Kaba. Der will den Kammerschwanz. Den Kammapimmel. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt. erstmal eine Runde weiter. Wenn ihr wisst, wenn wir das nächste Mal hier hinfahren, wo man geile Fotos machen können, kann. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wäre ganz cool. Ja. Auf, auf. Das geht. Dann halt nicht, du Arsch. Auf, auf, auf. Oh, hier darf man gar nicht drüber. Das ist scheißegal. Das geht ab. Boah, da ist ein geiler See. Nennt sich Spicke See. Safe, safe. Ja, heute waren wir mal endlich mal so schlau und haben ein dunkles Visier mitgenommen. äh, ein helles, weil es dunkel ist ja drauf. Damit wir nicht, äh, nachher, wenn wir dunkeln nach Hause fahren, wieder nur, äh, nach Licht fahren können. Also, ne, nach den Lichtern vor uns. Ja, läuft's. Ey! Wir hätten wir nicht safe da hochgemusst. Hallo? Ey! Links! Links! Wir hätten da hochgemusst. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ey! Darf er das? Nein, darf er nicht. Darf er nicht. Darf er nicht. Hallo? Ey! Dreh! Ey! Halt! Ey! Halt! Da musst du denn in die Handen begerichtet. Halt! Ey! Ey, ich glaube, wir müssen da, dann sind wir von da gekommen. Oder? Ey, wir sind doch mal hin, da runtergefahren, in den Kreisen. Da wolltest du eigentlich geradeaus. Ja, da wolltest, genau. Da sind wir ja jetzt. Ach, ist das die Richtung? Ja! Das sah aber nicht so aus. Ne, ist aber kacke hier. Hä? Kacke hier. Ja, dann lass wieder da lang. Aber wir fahren nicht anders, wir fahren so, wie ich jetzt mal gefahren bin. Ja, okay. Ja, okay. Schon okay. Ja, servus. Grüß Sie. Ja, kruzifixlexelmarsch. Das ist so ein Schmon. Auf der Seite, wo das Mikrofon hängt von meinem Mund, sammelt sich die ganze Zeit ein Sabber. Warum? Ja, ich denke, es ist nicht daran, dass ich den Schwung darüber gepackt habe. Der Schwamm saugt sabber auf. Also wenn ihr nachher denkt, ich bin unter Wasser, das liegt am Schwamm. Ja, der hängt mir aber auch direkt vor der Fresse, ey. Krass. Oh, das ist so schön hier. Die Landschaft, super. Hier, oh, eine Tankstelle, der wollte tanken. Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Hey, rechts, Repetal, 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 warum nicht Richtung Repetal, warum machst du so? Oh, oh, Blinker, oh, entschuldige. Warum, warum, Lecker, warum fährst du nicht nach Repetal? Kreiswerke, Hallöchen. Oh, ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja, hier sind wir richtig. Lass mal auf die... Warum fünfter Gang? Lass mal auf die Karte da gucken, weil ich meine, da hinten ist dieser Dingens. Nein, da kann ich nicht runterfahren, da sind die Sports eigentlich. Ja, meinte ich, da wollte ich runterfahren. Deswegen habe ich gezeigt, so. Ach so, ja, ja. Und dann fährst du rechts. Da runter, dann okay, dann gut. Okay, dann lass doch runter. Hallo. Was? Hä? Einfach krass. Warum? Ja, einfach durch, ne? Ich habe dein Gesicht auf dem Video, du. Ich habe dein Gesicht auf dem Video. Fahr doch. Jetzt. Jetzt. So, jetzt. Bei Regenkrötenwanderung. Warum denn nur bei Regen? Können Kröten nur im Regen wandern? Ey. Schreibt es mal in die Kommentare. Können Kröten nur im Regen... Oh, ist die Strecke geil. Hier könnte es gut aussehen. Ja, Mann. Ja. Richtig gut. Ja, ja, richtig. Ey. Da hinten. Wir haben für eine zu Frühlings gefahren. Mit dem Maschinenchen einfach da drauf. Was? Mit dem Maschinenchen da drauf. Ich schieße da drauf. Hä? Ich schieße da drauf. Ja, mit dem Maschinenchen. Da ein paar Fotos machen wir ja nicht. Mit dem Lenden? Ja. Was anderes kenne ich hier nicht. Ich schieße da drauf. 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 kann machen ja vielleicht doch da hinten runter keine ahnung machen wir hier einfach schon mal aber sonst schon ist eigentlich so aber auch die straße zum fahren was hast du jetzt vor die motorräder so positionieren in die richtung von da ist die noch an